Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, dass wir die Black Ops Cold War noch mal ein bisschen Halloween ausnutzen. Und ich dachte mir, ich habe so lange nicht mehr gesnipet. Wird mal wieder Zeit, dachte ich mir so. Das so eine gute Idee ist, muss ich noch herausstellen. Und zumindest habe ich schon mal einen Headshot gemacht. Das ist doch schon mal geil. Das ist die Wurwand. Okay. Weißt du? Hat da was? Nein. Oh. Nein, nur angehittet. Oh, schade. Das ist ja natürlich auch wieder geil gewesen, so ein Low-Skop. So selten, dass man die überhaupt trifft. Und dann aber auch nur anhitten. Ist halt schon ein bisschen fies. Das ist einfach nur schlecht. Spawnflip. Oh. Der war ein bisschen besser. Oder für so lange, wenn ich nicht mehr gesnipet habe. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Wie ging das Ganze? Das ist ja auch passiert. Das bin ich nicht mehr weg. Wird's mal. Ooooooo. Ah, von mir. Ist das down? Das ist da. Wird auch stark gerusht hier, ne? Wird auch stark gerusht hier, ne? Ja? Ja. Hat er ja schon mal dabei. Ja, genau. Das war der Spawnflip. Oh, nee. Rush-Runde. So sieht das zumindest gut aus. Oh, ja, gut. Wie lang? Ah, schade. Den hat er noch nicht getroffen. Oh, schön, wie er da am rumcampen ist. Das ist der roten Sack. Den habe ich. Camper habe ich auch. Oh, ist doch okay. Ist doch okay. Komm, wir gehen mal hier hoch. Gehen hier so eine Mine hin. Ja. Na, ich dachte schon, er ist wieder da hingelaufen. Da könnte jetzt was kommen. Nein. Okay, gehen wir aus. Nicht ewig rumcampen. Was leuchtet er denn eigentlich so krass rum? Krass was, ne? Ein bisschen aus wie ein T7,5-Mager aus WoW. Ah, vielleicht kann ja der eine oder andere was mit dem Vergleich anfangen. Und wenn nicht, ist es nicht schuldig. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Nice. Schön, acke. Der war cool. Alleine? Oh Gott, oh Gott. Wie war hart. Was ist denn das Ding? Komm, lass uns mal hier erstmal die Flieger wieder runterholen. Der haut ab. Oh. Bist du jetzt in die Wand weg? Okay. Ist da hier noch irgendwo einer gewesen, ne? Feindliches Spionageflugzeug zerstört. Ah, gegen so eine stark rumrennende Lobby ist das dann alles ein bisschen schwieriger, das Snipen, ne? Also so geht's mir zumindest. Und man sich schwer... Ja, so genau. So was halt, ne? Man kann sich halt nicht wirklich drauf einstellen, von wo Gegner kommen. Das funktioniert nicht. Ah. Das war nicht so gut. Ey. Gehst du mal da... Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Okay, ich hau ab. Ja, ich hab's ja mit. Feinierungsmine ein. Feinierungsmine wurde verletzt. Loll. Das war merkwürdig. Bester Spawn ever. Feindliches Spionageabwehrflugzeug zerstört. Aber das ist halt Nukton, ne? Scheint dieses Spionageabwehrflugzeug aus. Das gehört halt zu Nukton dazu. Feindliches Spionageabwehrflugzeug zerstört. Sollte ich nicht nach irgendwo so'n... Okay. Okay. Ja, das war gut ausgewichen, ne? Da ist er gut ausgewichen. Okay. Den hab ich leider nur angehittet. Nicht so cool. Nicht so cool. Leider nur angehittet. Nicht so cool. Mone. So viele Hits. Wieder nur angehittet. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Was? 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 Wie war der Niede? Oh. Nein. Habe ich jetzt nur drauf gewartet, dass er... Guck mal, kommt. Oh, der war geschenkt. Ah, Gluck ist ne feine Sache, ne? Ah, ich hab noch abgedrückt, aber... War zu schnell tot. Hab halt Headshot kassiert. Da machst du nix. Toi. Und jetzt hat er sich da hingekämpft? Ja, das war tatsächlich der gleiche wieder. Wahnsinn, Alter. Das macht doch keinen Spaß, oder? Ich versteh das immer nicht. Ich hab überhaupt kein Erfolgserlebnis. Schwierig, schon wieder. Entschuld passiert. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Hab einen Kampfsrauber im Blick. Spitz, lasst ihr seid besser als das. Kämpft kälter. Feindlicher Kampfsrauber im Blick. Nice. Feindliches Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft. Mist. Nicht mehr richtig weggekommen. Oh, Vorratsgäste können wir jetzt wo sparen. Und was iklig vorbeul. Ah. Die Karte dauerhaft anzeigen lassen können, ist aber auch nicht so geil, oder? Noll. Auf jeden Fall ein sehr starkes Aim, der Kollege, ne? Sah auch so ein bisschen nach Kontrolle aus, ne? So ein bisschen. So mit diesem Auto-Aim. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nun gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, so ganz schlicht war es gar nicht. Oder? Na ja, doch. Na ja, doch. War es denn doch vongegen. Aber es macht trotzdem Spaß, von daher. Ist mir das Ganze auch immer nicht ganz so wichtig. Ich hoffe, es soll ein bisschen Spaß haben. Und Sniper-Kills machen halt unglaublich viel Spaß. Bisher wurde es auch mal wieder Zeit. Die Waffe auszupacken. Gut. Wollen wir mal gucken, was wir hier so in Stillung, was wir das machen können. Oh, mein Kling, grad geht ein bisschen flatter. So. Machen wir es ein bisschen angenehmer, glaube ich. Muss man die ganze Ladezeit, Wartezeit, die Döns-Geschichte ja nicht mit angucken. Die Döns-Geschichte ja nicht mit angucken. Der Döns-Geschichte ja nicht mit angucken. Der Döns-Geschichte ja nicht mit angucken. Oh, das ist auch total. So cool. Du bist da schon? Okay. Schade, wie der nur angehüttert hat. Oh Mann, ey. Äh, so wie lang. Was? Wo war denn der? Hä? Ach, der lag doch im Boot, oder was? Ja, nee. Den hab ich nicht gesehen, ne? Keine Chance. Nice. Oh, der war richtig gut. Der liegt, glaube ich, immer noch, ne? Aber komm doch nicht ran. Null. Kommt der da einfach vorbei, ihr jumpt, ne? Ah, ja, eine Pumpe. Hatsgo, Hatsgo, Hatsgo. Nicht geklappt. Nice. Das macht so unglaublich viel Spaß. Das ist so geil. Was? Oh. Der da? Ah, kommt schon. Das war jetzt ganz schlecht. Hä? Das war jetzt echt nicht cool. Ups. Setz die Näherungsmine ein. Wollte ich jetzt gar nicht. Stellung gesichert. Okay. Ah, schade. Ich bin angehittet. Mann ey. So schön gehittet, ne? Hat nicht gerecht. Was? Hast du? Okay. Aber merkt es denn doch schon, ne? Dass es eine Weile her ist mit dem Snipern. Irgendwie nicht mehr. Ja, so mittelgut. Das wird eher schlecht. Aber scheiß drauf. Ich glaube, so mega häufig werde ich mir das Spiel eh nicht mehr angucken. Denn Weide ist ja nicht mehr bis Vengard. Und wenn ich mich wirklich dazu entschließe, Vengard zu kaufen, dann werde ich, glaube ich, Poltwort nicht mehr anfassen. Oh, wer weiß. Blaskugel habe ich nicht. Wer weiß, was die Zukunft so mit sich bringt, ne? Vielleicht habe ich ja dann doch nochmal Bock. Und gerade in Nuketown? Wir sind halt Nuketown, ne? Nuketown hat nochmal Bock. Mal gucken, ob das Spiel denn überhaupt noch gespielt wird, ne? Das ist ja auch immer so eine Frage. Oh, seitdem es Crossplay gibt, sollte es hier und da doch mal wieder ein paar Leute geben, die da hier nicht auf ein Spiel anhören. Was? So, was? Und abbauen. Vielleicht nochmal hier so eine Mine lassen. Genau. Stellung lokalisiert. Stellung gesichert. Das war besser. Ah, wir haben nur angehütet. No-Scope. Oh, 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 oh. Versucht habe ich es. Versucht habe ich es. Also, No-Scope ist halt so random, ne? Ah, Blackscope. Aber auch ordentlich angehütet, ne? Ah, klar. Schön. Wieder am besten Spawn überhaupt. Stellung wurde gesichert. Stellung wird umkippt. Stellung wird umkippt. Oh, ich habe überlebt. Oh, lad erst mal genügend nach. Na klar. Oh, roll dir der Camper, ey. Ah, das habe ich wieder versucht. Ah, schon wieder der Typ, ne? Mit dem MG, der sich da irgendwo... Wir liegen zurück. Stellung wurde gesichert. Haben die Stellung verloren. Alter, okay. Schweigen gehabt. Scheint tot zu sein. Stellung gesichert. Haben die Stellung verloren. Ah, da oben. Okay. Ich habe es gesehen. Nein, wieder nur angehütet. Mann, ey. Echt viele Hits heute dabei, ne? Stellung gesichert. Oh, ein Schuss hier im Magazin. Schnell nachlanden. Okay, hat sich erledigt. Schade, schade. D. Setze Näherungsmine ein. Stellung gesichert. Stellung wird umkett. Stellung verloren. Stellung wurde gesichert. Cool. Versucht noch mal, wir fallen zurück. Aber die haben die ganze Zeit immer verlautscht. Ist, ist, ist. Stellung wurde gesichert. Stellung umkämpft. Mö, 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 mö. Artillerie entdeckt. Artillerie verschossen. Treib den Kämpfer an. Stellung umkämpft. Stellung identifiziert. Nicht cool, nicht cool. Wuh, das war besser. Und rein. Leicht. Geil. Stellung. Stellung, karte. Leih. Zweimal schnell. Schön gequickt. Nice. Hab ich auch noch bekommen. Boah, cool. Boah, sowas ist halt echt geil. Das fühlt sich unglaublich blöd. Verloren. Feindliche Vorräte unterwegs. Stellung wurde gesichert. Haben die Stellung verloren. Hehehehe. Das ist sowas wieder, oder? Ah, schön. Komm schon. Wir haben kommen. Komm schon. Das Spiel sagt, nein, hast du nicht. Noch gedrückt. Das Spiel sagt, nein, hast du nicht. Feindlicher Marschflugkörper statt registriert. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Stellung verloren. Stellung wurde gesichert. Ah, das war nicht ganz so geil, ne? Haben die Stellung verloren. Oh. Da wurde mir gerade was angezeigt. Eieieieieieieieiei. Lol, lol. Jetzt hat sich die auch noch mitbekommen. Geil. Wir sind hier fertig. Alles zweite Runde hat richtig Spaß gemacht. Rüstung zum Exfiltrationspunkt. Das Ruder können wir nicht mehr rumreißen. Ach, guck mal, wie schnell seine angelegt ist im Vergleich zu meiner, ne? Ja, okay. Zwei Ziele erledigt. Da hätten wir mal den Unterschied zwischen einem Wochenendsniper und einem Vollzeitensniper, ne? Ein Griff, da können wir nochmal gucken. Joa, 25k, jetzt rein mit dem Sniper, ist okay. Oh, ist gar nicht so schlecht. So, Lobby raus. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier plus 5. Plus 8. Wer weckt? Und einen Schaft. Da haben wir jetzt Läuftempo beim Ziehen. Das brauche ich nicht. Okay. Oh, hätten wir das doch, hm? Würde ich sagen. Mal wieder ein schöner Ausflug mit der Tundra. Macht echt Spaß, das Ding. Leider ein bisschen viele Hits dabei gehabt. Aber da habe ich selber einfach ein bisschen zu niedrig gezielt. Dann hätte man das Ganze auch besser lösen können. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Echt. Und ja, mit den Worten. Wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal wieder, wa? Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.